Hallo! Ein toller deutscher Ausdruck ist ACH SO. Man sagt ACH SO, wenn man etwas verstanden hat. Jemand sagt mir etwas und ich, ich höre zu. Ich sage, ich verstehe nicht. Ich höre weiter zu. Ich sage wieder, ich verstehe nicht. Ich höre noch mal zu. Jetzt weiß ich es. Ich sage ACH SO.